Hi Leute, ich habe jetzt Ferien und ich habe Bock zu Livestreamen. Und weil ich jetzt so viel Zeit habe, werde ich jetzt jeden Tag um 18 Uhr einen Livestream machen. Fragt aber gar nicht erst, wie lange der gehen soll. Jedenfalls, ich werde Zelda Link to the Past spielen. Das hier. Und ja, ich werde es so lange durchspielen. Also ich werde es ganz durchspielen in den Livestreams, weil ich jeden Tag einen Livestream machen werde. Und ja, ich werde jeden Tag noch ein Ankündigungsvideo machen, falls sich was ändert, falls mal ausfällt oder so. Also ich werde jeden Tag dafür noch ein Video machen. Na, ich hoffe, ihr seid dabei. Der erste ist heute um 18 Uhr, der erste Livestream. Und bis dahin, Internet High Five!